Die Bestandteile dieses Kunststoffes hier, also von Teflon, die kann man als gesundheitsbedenklich bzw. als toxisch einstufen. Dann werden wir mal schauen, was mit so einer Grillmatte passiert, wenn man die zu stark erhitzt. Vorher klären wir aber eine Art Mythos und hier gibt es tatsächlich keinen einzigen positiven Punkt einer solchen Grillmatte. Willkommen zu diesem neuen Video bei Meet & Great. Heute geht es um das Thema Grillmatten. Wir werden einen ganz großen Mythos aufklären, warum diese Grillmatten vielleicht gar nicht so schädlich sind, wie alle das denken. Und ich erkläre euch, warum ihr die trotzdem auf keinen Fall benutzen solltet. Los geht's! Wie immer ist auch dieses Video hier strukturiert in mehrere Kapitel. Unten in der Zeitleiste könnt ihr immer an die Stelle springen, die euch am meisten interessiert. Und wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt mir einen netten Kommentar und ein Abo, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Fangen wir an mit ein bisschen Chemie. Keine Sorge, ist nicht zu komplex. Müssen wir aber wissen, damit wir wissen, warum diese Grillmatten hier überhaupt nicht so gesundheitsschädlich sind, wie viele das behaupten. Und trotzdem müssen wir natürlich festhalten, dass es Risiken hierbei gibt. Solche Grillmatten hier sind aus einem Material, das nennt sich PTFE. Das steht für Poly, Tetra, Fluor, Ethylen. Einfach gesagt, man kann das als Teflon bezeichnen. Es handelt sich hierbei also um die Beschichtung, die auch in antihaftbeschichteten Pfannen vorfindet. Solche Pfannen und auch diese Grillmatten stehen im Volksmund unter Kritik, weil es handelt sich hierbei um einen Kunststoff. Und Kunststoff ist direkt für uns so, oh, Plastik und schädlich und das gehört nicht an Lebensmittel ran. Und das zu erhitzen, das kann nicht gut sein. Wir wollen das aber heute mal wirklich nüchtern und sachlich betrachten und klären die möglichen Risiken auf. Und warum diese vielleicht gar nicht so gesundheitsschädlich sind, wie wir das denken. Die Bestandteile dieses Kunststoffes hier, also von Teflon, die kann man als gesundheitsbedenklich beziehungsweise als toxisch einstufen. Aber es gilt immer, die Menge macht das Gift. Erhitzbar sind beschichtete Pfannen oder auch diese Grillmatten hier laut Hersteller immer bis zu 250, 260, auch manchmal bis zu 270 Grad. Diese Temperaturen sollte man auch nicht unbedingt überschreiten. Da kommen wir nachher darauf zu sprechen und wir werden das heute auch mal absichtlich machen. Dann werden wir mal schauen, was mit so einer Grillmatte passiert, wenn man die zu stark erhitzt. Vorher klären wir aber eine Art Mythos, denn es wird gesagt, dass wenn sich Teilchen von einer beschichteten Pfanne oder von so einer Grillmatte lösen, dass das extrem toxisch ist und man die Pfanne dann entsorgen müsste, weil das höchst giftig sei. Und ja, die Bestandteile eines solchen Polymers, so nennt man diese chemische Verbindung, die weisen eine gewisse Toxizität auf. Aber, und nein, jetzt kommt nicht der Spruch, die Menge macht das Gift, weil in diesem Fall hier können wir unbedenklich viel davon konsumieren. Es wird für uns nicht schädlich, weil diese Zusammensetzung hier so reaktionsträge ist, dass wir in unserer Verdauung dieses Polymer nicht aufspalten und deswegen die toxischen Substanzen in unseren Körper gar nicht gelangen können, sondern eins zu eins wieder ausgeschieden werden. In dieser Hinsicht, muss man sagen, ist dieses Material absolut unbedenklich. Wichtig, das bezieht sich jetzt auf diesen einen Fakt und zwar, wenn sich Partikel, also kleine Stücke einer beschichteten Pfanne oder einer solchen Grillmatte lösen und ich konsumiere die mit meinem Essen, dann ist das für mich unbedenklich. Diese Aussage, die ich jetzt hier fachlich treffe, geht wahrscheinlich mit der Allgemeinmeinung nicht d'accord. Und deswegen finde ich es wichtig, dass ihr die Informationen bekommt, von wem ihr diese Informationen bekommt. Ich bin Ernährungswissenschaftler und nein, nicht irgendwie selbst ernannt, sondern offiziell studiert mit einem akademischen Grad Ernährungswissenschaftler. Kein Guru oder irgendwas, sondern ich verstehe tatsächlich was von evidenzbasiertem Arbeiten und versuche das hier auch in den Kanal in Zukunft noch mehr einzubauen. Wenn euch also fachlich fundiertes Wissen zum Thema Grillen interessiert, lasst gerne ein Abo da. Und keine Sorge, der Spaß bleibt dabei absolut nicht auf der Strecke, versprochen. Es gibt jetzt allerdings noch einen zweiten Risikofaktor bei diesem Material PTFE. Und das ist das sogenannte Teflonfieber. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, das wird verursacht durch die Gase, die sich hier bilden, wenn dieses Material zu hoch erhitzt wird. Und deswegen habe ich eben gesagt, man sollte sich an diese Herstellervorgabe schon halten. Jetzt ist es aber nicht so, dass wenn ich diese Vorgabe der Hersteller nur um 10 Grad übersteige, dass ich dann direkt Gefahr laufe, mich zu vergiften, sondern dafür braucht es schon ein bisschen mehr. Ab ca. 360 Grad werden die Gase aus diesem Material tatsächlich für uns toxisch. Hier muss man jetzt allerdings wieder einordnen, die Menge macht das Gift. Und die Menge an Gase, die aus einer Pfanne entstehen oder die hier aus so einer Grillmatte entstehen, die reichen sehr wahrscheinlich nicht aus, um dieses sogenannte Teflonfieber zu verursachen. Trotzdem bleibt an dieser Stelle ein Restrisiko und es ist nicht empfehlenswert, diese Grillmatten oder eure Pfannen so hoch zu erhitzen. Wichtig zur Einordnung ist auch noch, dass dieses Teflonfieber, auch Polymerfieber genannt, an sich jetzt nicht tödlich ist, sondern es handelt sich dabei um eine Erkrankung mit grippeähnlichen Symptomen. Und das geht auch wieder vorbei. Aber egal, wie schwerwiegend die Symptome jetzt sind, das Risiko ist es auf gar keinen Fall wert. Haben wir den ersten Teil des Videos geklärt, Grillmatten sind also erstmal bei richtiger Verwendung gesundheitlich unbedenklich. Warum aber, sage ich, solltet ihr Grillmatten auf gar keinen Fall zum Grillen benutzen? Dazu kommen wir jetzt. Erstens, in der Küche brauchen wir keine große Angst haben, dass wir eine Temperatur von 360 Grad mit unserer Pfanne erreichen. Warum? Wenn wir irgendwas braten mit Öl oder wenn wir unser Lebensmittel reingeben, dann wird erstens das Öl schon bei 200 Grad anfangen zu rauchen. Spätestens dann reißen wir alle Fenster auf und schalten den Herd runter. Und wenn wir Lebensmittel in die Pfanne geben, dann werden die Lebensmittel die Pfanne wieder runterkühlen. Somit wird die Beschichtung niemals 360 Grad erreichen. Auf einem Grill sieht es aber ganz anders aus. Einen Grill, den heizt man vor. Bei einem Kohlegrill dauert das ein bisschen länger. Die Kohle, die unten drin liegt, die hat 400, 500 Grad. Und am Rost kommen da immer noch weit über 300 Grad an. Meistens sogar über 400 Grad. Und auch ein guter, leistungsstarker Gasgrill erreicht schnell die 360 Grad. Hier müssen wir also sagen, wer sich nicht auskennt, seinen Grill ganz normal vorheizt und nutzt, wie er es immer tut, der läuft Gefahr, diese Grillmatten hier nicht ordnungsgemäß zu verwenden. Und dann besteht tatsächlich ein gesundheitliches Risiko. Das ist jetzt aber nicht mein Hauptkritikpunkt, denn der Hauptkritikpunkt an diesen Grillmatten ist das Grillen selbst. Und hier gibt es tatsächlich keinen einzigen positiven Punkt einer solchen Grillmatte. Und ich weiß, viele wollen in die Kommentare schreiben, ja, aber das Reinigen meines Grills ist dadurch viel sauberer. Und ich zeige euch gleich, nein, es ist nicht. Ihr habt viel mehr Reinigung, wenn ihr eine Grillmatte benutzt und nicht weniger. Das Garverfahren Grillen an sich ist so definiert, dass wir über eine Strahlungshitze unser Grillgut erhitzen. Strahlungshitze meint, wir haben unten eine Fläche, die erhitzt wird. Das heißt, das sind dann die Kohlen beim Holzkohlegrill, das sind die Flammschutzbleche beim Gasgrill. Und die strahlen eine Hitze an unser Grillgut ab, wodurch das Grillgut gegart wird. Zusätzlich haben wir beim Grillen traditionellerweise eben noch den Rost, der sich durch die Strahlungshitze von unten aufheizt und mit einer Kontakthitze ein Branding an das Grillgut abgibt. Kontakthitze ist aber eigentlich gar kein Grillen mehr, sondern ein Braten. Wenn ich also eine flächendeckende Kontakthitze habe, dann brate ich, wie zum Beispiel in einer Pfanne oder auf einer gusseisernen Platte oder auf einer Planscher. Das ist jetzt alles allerdings Definitionssache. Für mich macht Grillen noch viel mehr aus als nur diese Definition. Auf diese Definition bezogen allerdings ist eine Grillmatte dann kein Grillen mehr. Denn wenn ich eine Grillmatte auf meinen Rost lege, dann habe ich keine Strahlungshitze mehr, die an mein Grillgut kommt, sondern ich habe nur noch eine Kontakthitze und dann brate ich. Das Problem ist, mit einer Grillmatte kann ich nicht mal richtig braten. Ihr kennt das vielleicht als Kriterium bei einer guten Bratpfanne oder auch bei einer beschichteten Pfanne, dass der Boden der Pfanne möglichst dick sein muss, um möglichst viel Hitze speichern zu können, damit diese Hitze ans Gargut abgegeben werden kann. Und das Gargut, was ja automatisch den Pfannenboden runterkühlt, das darf nicht so weit den Pfannenboden runterkühlen, dass keine Hitze mehr zum Braten vorhanden ist, sondern der Pfannenboden muss so viel Hitze gespeichert haben, dass er, nachdem er kurz ein bisschen runtergekühlt wurde, wieder ausreichend Hitze ans Gargut abgeben kann, damit das Gargut auch wirklich gebraten wird und nicht nachher in seinem eigenen Saft köchelt. Schauen wir uns so eine Grillmatte jetzt mal an, sehen wir, da ist gar nichts vorhanden an Material, was auch nur ansatzweise irgendwie Energie speichern könnte. Und deswegen können wir hier drauf nicht braten. Denn aus dem Fleisch wird Fleischsaft auslaufen oder auch Bratensaft auslaufen, je nach Definition und Garstufe. Und in diesem Fleischsaft wird unser Steak oder was auch immer dann liegen und wird in diesem Saft köcheln. Denn es kann nichts braten, wenn sich Flüssigkeit unter dem Grillgut befindet. Ganz einfach, weil Flüssigkeit, also Wasser, niemals über 100 Grad heiß wird, sonst würde es dampfförmig werden und der Dampf würde verdampfen und dann hätten wir wieder keine Flüssigkeit hier auf unserer Grillmatte. Solange wir aber Flüssigkeit hier drauf haben, können wir nicht braten und dann entwickeln sich nicht die Röstaromen, die wir durch die Maillard-Reaktion gerne hätten. Ein weiteres gern genutztes Verkaufsargument für solche Grillmatten ist, dass diese Grillmatten den Rost schützen würden. Und da frage ich mich, wovor sollen die den Rost schützen? Dem Rost ist es relativ egal, wenn da irgendwas an Fett, Bratensaft oder was auch immer drauf kommt, solange der regelmäßig erhitzt wird und bei einem Gussrost auch regelmäßig mal eingefettet wird. Und das Einfetten kann ja sogar durch das Fett vom Grillgut passieren, also ist das dem Rost sogar lieber als kein Grillgut zu sehen. Zudem kommt alles, was natürlich hier an Bratensaft auf der Matte ist und was nicht verdampft, das wird von der Matte auch irgendwo runterlaufen und dann kommt es trotzdem auf den Rost und läuft dann auch in unsere Fettablaufwanne, in unser Fettschälchen und muss so oder so gereinigt werden. Egal, ob wir eine Grillmatte nutzen oder nicht, unseren Grill, also alles, was unter dem Rost sich befindet, müssen wir also trotzdem reinigen, weil ja auch von der Grillmatte alles da reinläuft. Als Argument bleibt also höchstens, dass wir den Bereich, wo die Matte auf dem Rost liegt, dass wir da den Rost nicht reinigen müssen. Aber mal ganz ehrlich, was ist denn an einer Rostreinigung so schwierig? Wenn ich einen Holzkohlegrill habe mit einem einfachen Edelstahlrost, dann nehme ich das Edelstahlrost, lege das auf die Wiese und am nächsten Morgen ist das sauber. Bürste das einmal ab, fertig. Wenn ich einen Gussrost habe, lasse ich einfach im Grill liegen, erhitze das, bürste das ab, fette es wieder ein, auch dann ist dieser Rost gepflegt. Habe ich euch schon einige Videos zu gemacht, verlinke ich euch hier oben. Dazu wird gesagt, eine Grillmatte zu reinigen ist ja viel leichter als den Rost zu reinigen. Aber was bringt mir das, wenn ich sowieso meinen Grill reinigen muss, wenn ich sowieso meinen Rost reinigen muss und jetzt zusätzlich noch die Grillmatte reinigen muss? Egal wie einfach es ist, diese Grillmatte reinigen zu können, das ist ein zusätzlicher Reinigungsvorgang, den ich mir sparen kann, wenn ich mir das Geld für eine solche Grillmatte spare. Denn selbst wenn ich die in die Spülmaschine packe, ist das ein Aufwand. Und davon abgesehen, wenn ich einen Edelstahlrost habe, kann ich das auch in die Spülmaschine packen. Jetzt kommen wir aber zum spannendsten Teil des heutigen Videos. Und zwar werden wir so eine Grillmatte heute mal vernichten. Wir werden die mal so hochheizen, wie es geht und mal schauen, wie die darauf reagiert. Schmilzt die, löst die sich auf, verursacht die vielleicht noch viel mehr Dreck, klebt die nachher an meinem Rost und ich kriege meinen Rost nie wieder sauber, versaue ich mir jetzt also alles. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gespannt, denn getestet habe ich das noch nie. In der normalen Nutzung sehen wir jetzt hier bei der Grillmatte, die verformt sich nicht, die verflüssigt sich nicht. Da dampft nichts von der Grillmatte, hoffe ich zumindest. Ich hoffe, dass es nur Flüssigkeit, die auf der Grillmatte verdampft. Wir sehen aber genau das, was ich eben beschrieben habe. Das Fleisch hier, das liegt in Flüssigkeit, im Saft, das tropft total. Das kriegt keine Röstaromen. Währenddessen haben wir hier auf der Seite das Fleisch über dem Feuer mit viel mehr Röstaromen, mit Grillaroma und tatsächlich auch gesünder gegrillt, weil das Fett tropft ab. Hier bleibt das Fett drauf, das bleibt am Fleisch. Ja, das können wir nochmal genauer durchleuchten in einem Extra-Video, in diesem Video hier nicht. Gemüse muss ich sagen, hat ein bisschen besser funktioniert als Fleisch. Da fand ich die Unterschiede jetzt nicht so gravierend, aber ich glaube, beim Grillen geht es nicht hauptsächlich um Gemüsegrillen, sondern vorwiegend um Fleischgrillen und das ist ein Riesenunterschied und wir werden gleich mal verkosten. Das Team darf auch mal probieren und ich glaube, der Unterschied ist ganz klar zu schmecken. Auch das Steak, was gegrillt wird, das ist quasi schon fertig, während die anderen Steaks hier innen noch nicht von der Kerntemperatur so hoch sind. Liegt einfach da dran, hier sind jetzt die ganze Zeit per Strahlungshitze über 300 Grad ans Fleisch gekommen. Auf der Matte liegt das Fleisch jetzt bei knapp 100 Grad im eigenen Saft. Das braucht natürlich ein bisschen länger. Und nachher wird es auch kein Steak sein, sondern eher eine Art Braten auf Steak-Kerntemperatur. Ob das so gut schmeckt, ich bezweifle es. Bei der Verkostung war ich natürlich jetzt voreingenommen. Mein Team im Hintergrund hat aber von diesem Video hier nichts mitbekommen. Und wir haben jetzt diese Steaks hier getestet, die haben auch das Gemüse getestet und die Meinung war ganz eindeutig. Das eine Steak schmeckt wie gekocht. Nicht mal wie gebraten, aber schon gar nicht wie gegrillt und der Geschmacksunterschied war definitiv vorhanden. Man konnte es aber natürlich auch schon rein optisch sehen. Das heißt, die wussten schon, bevor die probiert haben, das eine kommt von der Grillmatte, das andere kommt vom Grill. Genau das gleiche Bild gab es auch beim Gemüse. Da wurde auch beschrieben, das schmeckt wie gekocht und das andere Grillgemüse schmeckt halt wie gegrillt. Mir ist die Zucchini so ein bisschen zu dunkel geworden auf dem Grill. Das kann man sicherlich besser machen, habe ich euch schon mal in einem Video gezeigt, wie man das auch noch besser macht. Aber für den Versuch war da nicht die Priorität drauf, deswegen ist die ein Ticken zu lange drauf geblieben. Trotzdem würde ich als Fazit sagen, für Gemüse könnte man so eine Grillmatte nutzen, aber eine Pfanne ist viel besser. Warum sollte ich eine Grillmatte nutzen, wenn ich dann mein Gemüse in einer Pfanne oder auf einer Planscha machen könnte oder auf einer Gusseisenplatte? Dann habe ich erstens viel mehr Geschmack. Es schmeckt also nicht wie gekocht, sondern wie gebraten. Und zweitens funktioniert es auch noch viel besser. In diesem Bezug müssen wir natürlich auch noch um den Umweltfaktor sprechen, denn wir haben hier einen Kunststoff, also umgangssprachlich Plastik. Und das verrottet nicht wirklich. Es gibt mittlerweile Methoden und die werden immer weiterentwickelt, dass man das Ganze recyceln kann. Das ist allerdings noch in den Kinderschuhen. Und wenn ich jetzt Grillmatten kaufe, fünf Stück oder so, und jede Saison ein paar neue Grillmatten kaufe, produziere ich unnötig viel Müll. Wenn ich mir einmal eine vernünftige Planscha kaufe, investiere ich einmalig viel mehr. Die hält aber auch den Rest meines Lebens. Ganz ehrlich, die kann man auch weiter vererben. Jetzt aber endlich zum Härtetest. Und zwar haben wir jetzt eine neue Grillmatte draufgelegt. Wir drehen jetzt die Brenner volle Pulle hoch und werden den Grill jetzt einfach mal eine halbe Stunde durchpowern lassen. Und dann schauen wir uns die Grillmatte nochmal an. Also, mein Grill und ich, wir haben alles gegeben. Wir haben diese Grillmatte aber nicht kaputt bekommen. Was man allerdings sagen muss, man sieht hier schon so ein bisschen, wo die Grillmatte langsam angefangen hat, sich zu verändern. Das heißt, wir sehen hier optische Einwirkungen auf die Grillmatte. Und ich habe mal versucht, die so ein bisschen zu ziehen, um zu gucken, ob sich das Material vielleicht schon so langsam ausdehnt, beziehungsweise verflüssigt. Minimal haben wir es auch geschafft, dass die jetzt hier nicht mehr ganz gerade wird. Das heißt, das fing wahrscheinlich so gerade an. Wir haben Temperaturen so von bis zu 330 Grad erreicht. Die problematischen 360 haben wir also hier nicht erreicht. Allerdings ist das machbar. Mit so einem Grill jetzt nicht. Aber wenn man wirklich einen sehr leistungsstarken Gasgrill hat oder sehr gute Holzkohle hat, dann kann das schon passieren. Und es gibt wirklich Fälle, da ist den Leuten diese Grillmatte hier auf dem Grill geschmolzen. Das sind allerdings Einzelfälle. Wir können also festhalten, gesundheitlich sind die nicht so schädlich, dass sich das hier auflöst. Dass es uns irgendwie den Grill versaut, weil es sich verflüssigt. Davor brauchen wir keine Angst zu haben. Aber wenn wir uns die Vorteile dagegen angucken, dann müssen wir sagen, dass das kein Nachteil ist. Das ist jetzt auch nicht gerade ein Pluspunkt für diese Matten. In so einem Video möchte ich immer möglichst alles abdecken. Das schaffe ich aber nicht. Deswegen bin ich auch auf eure Kommentare angewiesen. Schreibt mir also gerne eure Meinungen, eure Erfahrungen dazu in die Kommentare. Und ich weiß jetzt schon, dass der ein oder andere schreiben wird, ja, aber die Grillmatte von Hersteller XY, die ist aber besonders gut. Die ist viel besser als die ganzen No-Name-Produkte. Und da kann ich euch sagen, nein, sind die nicht. Die sind alle nahezu identisch. Wodrin die sich unterscheiden, ist in ihrer Größe und ein bisschen in der Stärke des Materials, also wie dick die Grillmatten sind. Ansonsten gibt es hier keine Unterscheidung im Material, denn PTFE ist im weitesten Sinne PTFE. Wichtig ist mir nur bei der Aussage, bezieht das wirklich nur auf Grillmatten? Bei Pfannen gibt es nämlich bei so einer Teflon-Beschichtung tatsächlich noch Unterschiede. Da können wir mal in einem extra Video drauf eingehen. Fazit des Ganzen, spart euch das Geld für Grillmatten. Es bringt keine Vorteile. Es bringt, wenn überhaupt, nur Nachteile. Ihr könnt das Geld viel besser investieren, zum Beispiel in gutes Fleisch, in gute Gewürze, in wirklich nützliches Grillzubehör. Und das verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung, immer zum optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis. In diesem Sinne, das Video ist vollgepackt mit Informationen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war nicht zu langweilig. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen, einen Kommentar und natürlich ein Abo. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.